Hallo meine Lieben! Heute habe ich ein neues Video für euch und heute habe ich ein ganz ganz besonderes Video mal wieder. Ich habe nämlich meine 7000 Abonnenten geknackt. Ich dachte mittlerweile ist es wirklich wieder an der Zeit mich bei euch zu bedanken. Ich freue mich so über jeden einzelnen Abonnenten. Ich glaube ihr wisst es von meinen vorherigen Verlosungen. Ich will auch gar nicht so viel drum herum reden, weil eigentlich ist eigentlich immer das gleiche, aber ich möchte euch wirklich einfach danken. Ich freue mich wirklich riesig, wirklich. Wie könnte ich euch besser danken als mit einer Verlosung? Aber kurz davor möchte ich wirklich nochmal allen danken, dass ihr alle so mega aktiv seid. Ich habe schon über 4000 Follower auf Instagram und ihr kommentiert, was das Zeug hält. Ihr liked meine Bilder. Wenn ich mich so vergleiche mit anderen YouTubern, die einfach schon viel mehr Abonnenten haben, da sind die Likes fast identisch, wenn nicht bei mir sogar höher und die Kommentare sowieso. Ihr seid so krass, was das angeht. Ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich, jetzt 7000 Abonnenten vorzuweisen. 7000 muss man erst mal schaffen und 7000 sich auf einen Haufen vorzustellen, ist so krass. Okay, ich spann euch jetzt nicht weiter auf die Folter. Ich habe nämlich wirklich mir was Spezielles einfallen lassen für diese Verlosung, weil ich dachte, es muss was Besonderes sein, weil ich mich, ich habe mich wirklich so auf die 7000 jetzt gefreut. Ihr sollt euch auch freuen. Ihr kennt mich ja auch. Ich mag das nicht so gerne, nur einen zu beschenken von euch. Deshalb habe ich jetzt 7 Stück. Also 7 Gewinner können heute gewinnen, beziehungsweise können jetzt bei dieser Verlosung gewinnen. Ich zeige euch erstmal, was es zu gewinnen gibt. Also einer von euch kann den Splashy Melon Bilou Duschaum gewinnen. Ein weiterer kann den Cherry Blossom Bilou Duschaum gewinnen. Und der dritte Bilou Duschaum, den gibt es natürlich auch zu gewinnen, und zwar den Vanilla Cake Pop Duschaum. Mein absoluter Liebling. Also, wie gesagt, 3 von euch können einen dieser Bilou Duschaume gewinnen. Und jetzt habe ich aber noch was ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar habt ihr bei meinen 2000 Abonnenten, glaube ich, die EOS Verlosung so unnormal gefeiert. Deshalb habe ich gedacht, das muss ich jetzt wieder machen. Einer von euch kann den Blueberry Arcai EOS gewinnen. Einmal kann diesen Minze EOS gewinnen. Ein weiterer, den Strawberry EOS. Und zu guter Letzt den Summer Fruit EOS. Die sind alle brandneu, frisch. Ich habe die nur aus der Verpackung genommen, damit ich die dann auch besser verschicken kann. Ich werde die natürlich nicht anrühren. Die sind, wie gesagt, ganz, ganz frisch und neu. Also ich hoffe, ihr freut euch ganz doll darüber. Deshalb kommen wir jetzt noch zu den Teilnahmebedingungen. Ihr müsst natürlich ein Abonnent meines Kanals sein. Die Verlosung ist für meine Abonnenten. Wenn ihr keiner seid, dann ist das natürlich kein Problem. Dann werdet einfach einer. Die zweite Bedingung ist, einen Kommentar zu verfassen. Also schreibt bitte in die Kommentare, welches Stück ihr gerne gewinnen würdet. Also würdet ihr gerne einen Blue-Do-Schaum gewinnen? Oder würdet ihr lieber einen EOS gewinnen? Und wenn, was würdet ihr gerne gewinnen? Den Blue-Do-Schaum Vanilla Cake Pop oder den Summer Fruit EOS? Also schreibt das alles in die Kommentare, damit ich mir das auch dann zurechtsuchen kann, dass ihr möglichst euren Wunsch erfüllt bekommt. Zu guter Letzt gebt dem Video noch einen Daumen nach oben und dann habt ihr schon alle Teilnahmebedingungen erfüllt. Ihr kennt ja meine vierte Zusatzbedingung, die aber nicht notwendig ist. Wenn ihr mein Video teilt, hier auf YouTube oder auf Instagram, verlinken, nicht vergessen, sonst sehe ich das nicht, dann kommt ihr doppelt in den Lostop und habt damit eine bessere Chance zu gewinnen. Ich bin irgendwie mit dem Erklären heute ganz, ganz schlecht. Ich glaube einfach, weil ich mich so freue. Ich habe dieses Video zwar jetzt das erste Mal gedreht, aber habe mich, glaube ich, so oft versprochen in diesem Video. Egal. Also wie gesagt, danke, danke, danke nochmal an euch. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch über die Verlosung freut und wenn ihr mitmacht. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wundervollen Tag. Ihr seid einfach toll und das wisst ihr, glaube ich, auch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und sage Tschüss. Tschüss.